Wunderschönen guten Tag, Freunde von Marvel's Helden. Ähm, ja, ich bin's mal wieder. Und, äh, wie man hört, Freezer Burn ist die Mission. Imi und Sutor sind meine Gegner und heute sind wir mal mit Gambit unterwegs. Ähm, kinetische Ladung war, glaube ich, recht gut. Ah, wir gehen einfach mal rein. Wir können ja drinnen nochmal wechseln. Laden wir erstmal und, äh, bewegen wir uns mal zu den zwei Riesen hin. Und dann hacken wir sie zu Brei. Oder lassen sie dich gegenseitig zerhacken. Je nachdem. So, da sind wir schon mal. Aber nein, es ist nicht die Falt der globalen Wärmung, sondern die globalen Wärmung. Es sind die twin-gigenden Flöcke, Ymir und Sartre. Wir müssen uns auf die Flüge schützen, um die Umwelt zu verhindern. Sind sie tot? Ja, sehr schön. Und da sind sie schon platt. Okay. So. Eins, zwei, drei und baff! Und der nächste bitte. So. Na, das läuft doch schon mal. Wir können es gleich mal probieren, damit ich weiß, ob das genau das ist, was ich haben möchte. Ja, das sah gut aus. Das gefällt mir. Zack, Spitze weg und weg ist er auch. Ja, den Stern kann man noch mitnehmen. Wer weiß, wozu wir noch brauchen. Und jetzt hängt's. Warum hängt's? Egal. Geht weiter. Und einmal das zu probieren. Naja. Wichtig ist, dass wir erledigt sind. So, wir haben noch ein Sternchen, brauchen wir nicht mehr. Schnee, Mann. Okay. Der nächste bitte. Ich sollte mal wieder irgendwas essen, ne? Da liegt er lang und kriegt noch einen Rest. Und jetzt bist du dran mit deinem Hackeballchen. Uh, das ist eine Banane. Sehr schön. So, jetzt kommen wir langsam in Stimmung hier. Hui, jump. Hui, jump. Ich glaub, das ist Folge 110. 1-1-0. Mensch, Polizeiruf war das mal, ne? Mhm, erledigt. Okay, damit macht er sich unbesiegbar, soweit ich noch weiß. Ist auch nett, dass ihr zu zweit seid. Au. So, da ist das. Okay, der ist eh gleich platt. Da müssen wir mal gucken. Haben wir noch erwischt. Sehr schön. So, hier gibt's aber noch... Oh. Ich wollte noch die Tonne kloppen. Mann. Egal. Auf geht's zur Runde 2. Und da sind wir auch schon. Vorgeruts geht's. Zack. Wumms. Hat er ihn jetzt auf den Deckel gekriegt. Hm, hm, hm. Sehr schön. Das haben wir hier versteckt. Mit der Faust. Auch gut. Und die Tonne kriegt auch was. Banone. Und der nächste bitte. Jawohl. Und das waren es auch schon. Sternchen. Ach, okay. Belohnung gekriegt. Sternchen. Sternchen. Warum wurde er zu gierig? Sternchen? Wieso krieg ich das Sternchen nicht? Ach, weil ich voll bin. Knorkel gucken, gucken hilft. Gucken hilft. So. So. Stimmt, du wirfst ja mit Dreck, ne? Freundchen. Und der Lichter lang. Na komm. Ah, doch schon abgeschlossen. Okay. Gut. Na dann kommen wir jetzt zu dem interessanten Teil. Das ist irgendwie meine Lieblingsmission. Wahrscheinlich, weil es zwei Endgegner sind. Und die nicht beide auf mich losgehen, sondern eigentlich alle gegen alle. Vielleicht, weil ich auch zu faul bin. Schön auf dem Hintern drauf. Und, kriegen wir es noch voll hier? Tatsächlich. Na, perfekto. Dann machen wir einmal hier den Hero ab. Das ist gut. Fireballs? Aua. Oh, das ist gut. Triff ihn. Triffst du ihn nicht? Verdammt nochmal. Sehr schön. gleich von beiden seiten ist nicht witz haben sich nochmal getroffen das feathers weil ich kann nicht rausest vordant noch nicht tot aber jetzt 1 2 und da lichter noch wir haben es geschafft adamantium so sehr schön okay das war dann auch schon die folge damit hat mich noch nicht enttäuscht das war auch mein lieblingscharakter ist aber mein lieblingscharakter in meiner lieblingsmission gehabt geil super dann bis zum nächsten mal ne tschö tschö euer captain knurke